Hi Leute, da sind wir wieder, mit dem nächsten Video. Ich bin wieder Marvinio und Dalabani wieder und der Xenox ist auch dabei und ich zeig die Fäuste. Sag doch hi Xenox. Hi, vom Xenox. Und wir sind hier wieder bei Red Dead Redemption, Undead Nightmare, also Let's Play. Müssen wir jetzt in diesem Kreis bleiben oder was? Nein, du musst einfach jetzt hier weitergehen. Warte, nein, nein, eine andere Seite, hier, hier, ja. Und wir haben ein Pferd, ne? Ja, ja, geh weiter, dieses Video wird witzig. Will ich mich unten bringen? Ich bin doch kein Tom-Di, du Idiot. Das ist doch so dumm, Alter. Oh, immer so wieder diese Rassisten. Nichts, nimm ich, nimm- nelp, ne? Im letzten Video war sie auch schon, Alter, Rassistisch. Will ich nicht umbringen, ok, bring mich um. Nym, 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 nym. Look me where I came from. And it looks like I'm headed down to New Austin. And what did you say, snake oil? Get the glass eyes! I blame the Mexicans! Johnny McTadden, you don't know nothing! Mexicans are guilty, you're also guilty! I think your husband is glad he's dead! Was hat die überhaupt gesagt? Ja, der Mann ist tot. Und, äh... Die find's gut. Ich kann nicht, äh... Also, der Mann hat Glück, dass er tot ist. Oder so was, ja. Und die hat nur irgendwas anderes gesagt. Keine Ahnung, was passiert. Kann man das denn ja nicht leben? Boah, das wird ja scheiße. Und viel Glück! Kommt euch den, Aknas! Nein, nein. Siehst du, seht, da ist ein Vombi! Das wird sich ein Vombi! Sie werden jetzt gechiltet von dieser Frau. Da kommt sie jetzt. Sie merken sich... Ah! Lesbe! Nimmst du erst mal die Frau? Soll ich helfen? Also, sie umbringen? Ach... Ich glaube, wir müssen weitergehen. Die haben einen Trumpf der verdienten. Abwehrspirale! Sie tot? Ich weiß nicht. Jetzt. von sich und die Führung und fremdliche Folien ja die muss doch was drin haben kommt bitte sei doch mal bei uns jetzt und die Karte habe ich jetzt mit der ich bin folgt bei ihr zu achten auch wenn die Witze werden immer lustiger keine Ahnung in Korni nur noch hier sonst wird du noch die Torpfeife und wird noch so wach ich bin zu welchen U-Soll-Wir die Zerstörung aber das hat ja kein Powermann ich will neu fährt können wir das jetzt nicht suchen müssen wir unbedingt dazu ja das müssen wir krass ich wollte schon die Karte rausnehmen wie lange haben wir jetzt schon 4 Minuten das kommt schnell ja weil die so viel labern welches U-Wollen wir Link unter rechts schreibt in die Kommentare wir gucken es uns jetzt nicht an weil wir gerade mitten im Video sind wir nehmen das rechte mal recht was da ist recht da fährt ein Zirn wie ähm scheiße da fährt ein ein Pferd genau es ist ein Pferd genau hallo ich habe auch eine Waffe aber ich bin viel besser als du soll ich dein Pferd anschießen he dass der so runter fliegt du spaz-tick was soll die Scheiße was soll die Scheiße weißt du was wir nicht geguckt haben was was bei den letzten Videos dieses Sounds vom Dings ist ah jajaja aber ich glaube ist dabei glaub ich schon aber ist ja scheißegal ja ich glaube wir sind jetzt hier ne reden sie mit dem Überlebenden aber jetzt kommen hier die Zombies hier an ja garantiert wo sind die denn da ja hier guck da Sicherheit des Ortes ich soll das zuerst mit dem reden oder nicht nein nein jetzt musst du zuerst musst du sie fällen pass auf neben dir ist TNT ah da ey mein Freund wenn ich TNT höre muss ich automatisch an die Cowboys Zeit denken ja hier sind wir doch auch in der Cowboys Zeit ich weine ja nur egal bei welchen Spiele ich TNT höre oder wenn ich überhaupt TNT höre ja das ist ja auch alt TNT war ja früher nur hier bilden im Westen auch wo ist denn noch einer Dynamit wird doch heute noch genutzt wir stehen in diesem Video sterben verstanden doch Wollt nicht weiter fein der 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 wo kann man nachladen 3 nicht hinter mein Pferd Ohr bei mir und Jodt er hat ein ich hab gar nichts gemacht das war jetzt nicht extra also das war jetzt wirklich nicht die noch nicht mehr du hast es mir als Wollern das war ein ich hab gesagt nein das war gut Naja wir beiden haben schon mal getan die Fahne die ja wir sind jetzt nicht mehr für alle gibt es ein erster mal ohne hier ist noch ein Ort ja ich hielt die auf die Kiste was nimmst du mir den Kinderlager hey der schießt doch auch nicht auf dir ey da du hattest doch genau die Chance ist die tot? man weiß ja nie ja sie war schon tot leichte durchsuchen kommt die Trau man weiß ja nie wie lange sind wir schon? sieben Minuten ja komm her Freunde kommt runter kommt doch ach für anfangen Pisser wollte ich sagen aber habe ich jetzt hihi müssen wir hier rein das ist ja voll das hätten wir jetzt zombies ja hä wo müssen wir hin mit wem müssen wir reden mit wem da mit jemandem wir müssen zum U ach so zum U was ist mit dem grünen Palt? keine Ahnung Kisten oder sowas ja glaub schon welchen U müssen wir? äh lass mal so mal rechten wir jetzt doch welche? rechten? mhm können wir jetzt mal ein Pferd suchen also ein Zombie Pferd ich hab Bock darauf wie lange sind wir? komm Zombie Pferd ok? du hast ein untotes Pferd angelockt wie denn das? du hast jetzt ein untotes Pferd ja warte da ich hab's geschafft jetzt müssen wir jetzt nur noch speichern ok wie denn das anbinden wo ist es? wo gibt's anbinden? cool das funktioniert doch naja da hab ich doch gewusst aber das war ich nicht mit Absicht also wenn man nicht mit Absicht macht kann man sich das hier jetzt das tote Pferd wie sollen wir das Pferd nennen? Willi ja will ihr will wissen wie ihr Pferd herz Penor warum hat das so wäre auch weniger nein ich dachte das ist der Fall bin ich auch da weil das war und das siehst du ja aber das geht nicht mehr weiter ich bin zum welchen Uwe soll auch scheiß wir haben jetzt 9 Minuten und 30 Sekunden ja dann lange mit unserem Willi auch wieder sehen ich war da ein und wir waren über die Städt dann bis zum nächsten Video hat er es immer ist ja dann bis zum nächsten bis zum nächsten Video da redet Monfröck ja bis nächstes mal oh der Manfred na Manfred hat schon der Sarraza ja also Willi bis zum nächsten Mal ja dann tschau